Guten Abend, heute Abend habe ich was zum Dreh hier heute gebracht. Und zwar Limette, Vitamin C Quelle, Bio, Kraft der Natur, 100% Direktsaft. Das wollen wir mal probieren, was steht da noch schönes, hergestellt in Deutschland. Aus ökologischer Landwirtschaft, der Natur, veganen Saft, 5 bis 6 Metern Inhalt. So, ich habe hier kleine Gläschen, die habe ich mitgebracht, aus der Normandie. Da war ich vor kurzem mit dem Musikzug für ein paar Tage im Urlaub, war da eingeladen. Und da habe ich mir diese kleinen Gläschen mitgebracht, auch von einer Kälterei, die ganz leckere, alkoholische Getränke erstellt. So, gucken wir mal, wie viel da so reinpasst. Und, mal gucken. Das ist wie Apfelsaft. Und nochmal. So. So, das haben wir hier. Drei leckere Gläschen mit. Ja, ja, probieren wir es mal. Oh, ja, zieht alles zusammen. Mal schmeckt das Limette. Na, meine Katze. Der Limette sagt saurer als die Zitrone, die ich ausprobiert habe. Probieren wir nochmal ein Schlückchen. Achso. Mal gucken, wie viel das überhaupt war. Trennen wir seit in der Flasche. 250 Milliliter. Ups, denke ich was. Also hinten. So am Gaumen ist ziemlich süß. Wenn man so in der Tränenkarpette lutscht. Das erste Gläschen hätten wir geschafft. Haben wir noch zwei. Ist es schon. Der Speichel sammelt sich direkt. Na, wir probieren mal weiter. Prost. Man darf gar nicht dran nachdenken. Extrem sauer. Langsam kommt der Egel hoch. Gleich geschafft, noch 50 Minuten, denke ich. Und schon. So 250 Milliliter Limetensaft getrunken. Gut. Ein Tropfenmeisen, denke ich mal, ist es ganz lecker. Schlecht ist es nicht. Ein bisschen viel. Ich merke es doch gleich im Bauch. Ja, nicht. Ich denke mal, das werde ich heute noch loswerden. So, das war's. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und wenn euch der Film gefallen hat, Daumen hoch und nett. Dann Daumen runter. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's. shooting.